Werbeindustrie ist härter als viele denken. So ist ein 16-Stunden-Tag in manchen Agenturen keine Seltenheit. Um sich zu entspannen, gehen viele Werbemäler schon nach Feierabend mit ihrem Hund noch einmal um den Werbeblock. Hier sind die beliebtesten Werbespots dieses Monats. Wenn sich ein Biber in seinen Bau zurückzieht, ist er geschützt vor Witterung und Umwelteinflüssen. Völlig anders ist es, wenn sich das Zahnfleisch zurückbildet. Denn dann bilden sich gefährliche rote Kreise, von denen einige sogar pulsieren. Die Folge, gefährliche rote Kreise. Dagegen hilft nur tägliches Schubbern mit schwarzen Pfeilen. Schwarze Pfeile, damit rote Kreise keine Chance mehr haben, die Zähne so lange leben wie dieser Biber hier. Warum haben eigentlich einige mehr Freude an ihrem Geld als andere? Weil sie schwarz fahren. Schwarz fahren, das lohnt sich. Kennen Sie das? Sie fliegen zum 12. Mal nach Düsseldorf? Sie möchten viel lieber exotische Länder kennenlernen? Und Ihnen geht das höfliche Getue der Stewardessen auf den Sack? Noch ein Tonic Water? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es das Entführerset. Jetzt können Sie selbst bestimmen, wohin die Reise gehen soll. Das Entführerset. Komplett mit falschem Bart. Einer vollständig geladenen und entsicherten Halbautomatik. Fliegen Sie diese Maschine nach Teheran! Und einem praktischen Wörterbuch. Deutsch, gebrochendeutsch. Du fliegelige Maschine Teheran, sonst bumm bumm bumm! Fliegen Sie kostenlos, wohin Sie wollen. Havanna, Bagdad oder Kabul. Entfernung spielt keine Rolle. Verbreiten Sie Angst und Schrecken mit dem Original-Endführerset. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie diese kooperative Geisel gratis mit dazu. Mein Gott, nun tun Sie doch, was er sagt! Ist die nicht klasse? Testen Sie jetzt das Entführerset. Ihre Forderungen werden garantiert erfüllt. Wenn nicht, schicken wir Ihnen die Broschüre Mein Lebensabend in ausländischen Gefängnissen.